Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen bei eurem Star Wars YouTuber Epic Boss mit weiteres Star Wars Battle von Action. Hier für euch Leute, dann ist es wieder Heldenwisse schucken. Ey, Boba Fett, warte mal. Ich dachte, ich bin, oh, ich bin sehr spät reingekommen und wurde noch Hero. So, darf mich freuen, jetzt mit Boba Fett. Allerdings, das war jetzt nicht so geplant, aber gar nicht so schlimm auf der Map. Und jetzt mal schauen, was hier passiert, Leute. So, let's go. Endless Shook ist da auf dem Kanal. Ich weiß nicht, warum es mir so gefällt, aber ich glaube, ihr könnt es ja auch rausholen, dass ich sehr Spaß an dem Modus gefunden habe. Oh, Lando kommt hier irgendwie hoch. Die Leute kommen hier hoch. Ich bin fast down. So, schön auf Skywalker drauf. Die Rakete. Und da ist ein Hero. Ist das ein Fake Hero Pickup von Lando? Exposed. So, erstmal ihn zerstört. Haben wir hier noch irgendwo die Hero Pickups? Ich schalte euch aus. Ich lege das andere Ziel. Muss mal los, ja. Das war wieder knapp. Da ist, glaube ich, ein Hero, oder? Aber es ist nicht unser... Darf ich das nicht nehmen? Das ist so... Ich kenne mich mit diesem Modus ja so schlecht aus. Doch, ich darf es nehmen. So, ich habe es genommen. Dann wollen wir mal schon 95%. Das war eigentlich taktisch klug. Aber ich muss ja jetzt hier auch... Die hat sich auch hier... Und da kommt ein anderer noch. Scheiße. Und es glaube auch, er kommt. Ja, das werde ich nicht überleben. Leider. Kann ich nichts mehr machen. Der hat mich auch da eingequetscht, auch noch. Auch zu allen ungünstigsten. Oh mein Gott, Mann. Egal. Egal. 1-0 für die Gegner. So soll es sein. Ich darf wieder als Hero spielen. Diesmal würde ich... Boa, Fett hat mir eigentlich gut getan, muss ich sagen. Aber wenn die halt so spielen wollen, dann... Lass die mal so spielen. Ich würde... Äh... Imperator nehmen. Den Imperator. So, let's go. Was geht nicht jetzt? Bisschen wir da. Müssen wir nur gucken. Naja, das gibt's doch nicht. Festklemmen hier. Komm her. Zack, hat er schon kassiert. Hat er schon kassiert. Und er kassiert weiterhin. Was macht er da? Ah, ist er doof. Ist er doof. Oh, misch dich nicht ein. Na? Surprise Attack, Jumann. So, der ist schon gelähmt. Und jetzt ist er gleich drauf. Oh nein, weh, der hielt sich. Ich komm nicht dran. Nein! Der wird sich gleich irgendwo hielen. Ey, dann soll er abhauen, ey. Er ist sowieso schneller als der Imperator. Hat's mir gar nichts. So, abhauen. Oh, da ist er auch. Oh nein. Da war doch schon ein Hero. Verdammt. Jetzt hab ich schon extra hier. Das hier genommen. So, ist er nicht tot? Das war verdammt nochmal Kettenlitz. Ich muss mal kurz die Hero nehmen, Leute. Damit die Gegner das nicht bekommen. Zum Beispiel ein Skywalker, der wegläuft. Ah, der ist tot. Oh, Skywalkers ist tot. Die haben noch Leer. Wo ist Leer? Leer ist down. Leer ist down, Leute. 8-1. Voll gut. Cool. Cool. Good shit, ey. Good shit. Ich darf wieder Hero sein. Ey, drei Leute, ey. In unserem Team. Das gefällt mir richtig. Wir nehmen wieder dann. Impalator. Impalator. Dann kann der andere Boba Fett wieder nehmen. Wenn er will. Oder er strikt jetzt, ja. Anim Boss. Anim Boss. Er hat die DLCs. Okay. Okay. Dann fahren wir. Unser Angriff blasen hier. Kommt der irgendwo hoch? Oh nein. Ist das Chewie? Verdammt. Der ist stark. Der ist stark. Den darf man nicht unterschätzen. Den darf man verdammt nochmal nicht unterschätzen. So, jetzt haben wir den. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Jawohl. Er checkt es nicht. Oder? Er checkt es nicht. Jawohl. Er hat es nicht am Anfang gecheckt. Er hat es auch mitbekommen später. Aber dann war es zu spät, Wien. Was ist denn hier los? Ja, klar. Jetzt hau es ab, ey. So ein Lacker. Oh, Lea ist auch da. Lea ist down, Mann. Habe ich was gesagt? Und jetzt haut er wieder ab. Kadee, Kadee. Statt zu kämpfen, weißt du. Oh, hier. Und das, Junge. Lass mich gleich mal hier hin. Oh, shit. Hero ist hier weg, aber das ist kein Problem. Aber es gibt es auch nicht. Ey, genau den Moment muss der da spawnen, ne? Wo ich meinen Hero nehmen will. Ich habe auch immer so ein Pech. Oh, der hat so viel Energie, weil er wieder die Dings geholt hat. Scheiße. Er hat mich geholt. Der ist einfach zu schnell, Mann. Ich mag ihn nicht, aber 13-2 ist ganz gut, Leute. Wir haben gewonnen. 2-1 steht es. Oh, und jetzt ein paar Leute mehr reinkommen, die Hero sein werden. Verdammt, jetzt muss ich als Normaler. Oh, doch nicht. Doch nicht. Doch nicht. Doch nicht. Wie spielen wir denn den Impelator? Ah, ihr Bischofswasser darf nicht fehlen, Leute. Es darf nicht fehlen. So. Das macht einfach so Bock wieder. Das ist auch was bei der Front. Die neue Motivation mit Helden versus Schurken. Oh, unsichtbarer Wand. Okay. So, da ist Chewie. Mach bloß nicht diesen. Jetzt muss ich kurz erwarten. Das Spiel taktisch auch, ja. Oder nehmen wir uns Skywalker vor. Oh, 2 gegen 1. Nö. Skywalker wird kommen. Wo sind unsere Heroes eigentlich? Oh, nein. Oh, nein. Ich werde sterben. Ich kann mich auch nicht mehr hier. Jetzt vielleicht noch schnell. Komm. Jawohl. Ja, wohl noch gehealt, ey. Last second. Aber es ist so spät, weil Han Solo auch da ist. Wo waren denn unsere Helden? Verdammt, nochmal. Was war das denn für eine Seife? Ja, Seife. Was war das denn für eine Seife, ey? Oh, Chewie. Oh, Chewie. Ah, verdammt, ey. Ich dachte, ich kann ihn von hinten boxen, weil das zieht ihn ganz schön viel ab der Nackenklatsche. Aber nee, nee, nee. Diesmal nicht. Han Solo auch noch alles. Dann bin ich sicher tot. Ja. Ich habe ihn aber noch gut schaden gemacht, Leute. Der hatte nämlich alles noch gut gedrückt. Gut schaden gedrückt. Na ja. Was will ich doch mal. Wo sind wir hier? Und wenn wir jetzt den Shrub da oder so bekommen, lasst er kann man noch. Okay. So. Yo. Er steht da schon bereit. Bo-Gewehr. Oh, apropos Bo-Gewehr, Leute. Gar keine schlechte Idee bei Helden bis Shrubben. Das zieht den Helden, beziehungsweise den Shrubben richtig viel Energie ab. Also. Ja. 2-2 jetzt in dem Fall. Belastender Content. Ich darf wieder Hero sein. Ein weiteres Mal. Äh. Wen soll ich nehmen, Leute? Wen soll ich nehmen? Soll ich mit Vader mal versuchen auf der Map? Ich weiß ja nicht. Aber Versuch ist wert. Ansonsten haben wir noch Boba Fett, den ich gut spielen kann. Eigentlich auf jeder Map, jeder Situation. Aber naja. Wir nehmen mal Vader. Der andere kann sich noch nicht entscheiden. Ich hoffe, der ist nicht aufgehoben. Der ist nicht aufgehoben. Er hat einen Boba Fett. So. Wir haben Vader, Boba Fett, Boss vs. Lando, Skywalker und Han Solo wieder. Könnte sein, dass er... Äh. Han Solo AFK ist. Weil der hat sich nicht eingeloggt. Also der hat... Das ist nicht gemacht. Aktiv. Han Solo gewählt. Also ich könnte da was schnippern. Oh. Was ist das für dich? Oh, was ist das denn? What the... Das ist Lando. Ah, scheiß Lando, ey. Skywalk war schon down. Doin. Erstmal Hero kurz zieren. Ich bin mit Blendgranaten und so. Dann wird es eklig, die Lobby. So. Wir müssen mal hier kurz gucken, ob wir... Irgendwie... Irgendwie... Er ist so gelähmt wieder. Oh, komm. Wo wir Fett helfen können, wollte ich sagen. Aber wie denn noch? Weil der... Er hat meine Sachen überhitzt, ne? Wieso ist er nicht genehmt von meinen Dings? Würgegriff. Ah, besiegt. Nice. Geschafft. Aber es war richtig komisch. Orlando ist schon so ein ekliger Held. Und er ist schon eklig, ja. Mit seinen Dings. Er macht so viel Schaden, ne? Richtig belastend. Da weißt du auch gar nicht, wobei der Schaden herkommt, was da genau passiert. Zack, bist du auf einmal. Crazy down. So, Leute. Jetzt sind wir nach langer Zeit kein Hero. Beschützt eure Vorgesicht. Koste es, was es wolle. Wir haben nicht mehr viel zum Sieg. Wir haben nicht mehr viel. Noch zwei Pünkte. Wo haben wir das eigentlich geschafft, ja? Solo kommt. Oh, nice. Jetzt können wir den alle Schaden drücken. Jawohl, ich hab ihn. Ich hab ihn. Mich konnte nicht am Anfang töten. Das war sein großer Terminal. Oh, Terminalbombe hat der geschmissen. Ich bin down. Skywalker kommt. Irgendwann. Let's go. Mittendrin stand nur dabei. Aber ich hab ihn gut getroffen. Ah, schade. Wir haben noch... Wir haben noch Vader und Boba Fett versus Chewbacca. und Skywalker. Skywalker muss eigentlich down sein. Kommt schon, Leute. Skywalker ist verdammt nochmal Skywalker. Obwohl der immer wegläuft. Also das kann man nicht so pauschal sagen, dass er unbedingt down ist. Aber wenn der wegläuft, dann... Was ist das für ein Schwung? So, ich hoffe, ich hab gleich Bacta für Raider. Oh nein, Chewbacca kommt. Kommt. Bacta. Ah, verdammt, ey. Scheiße. Ich wollte ihm noch Bacta geben. Hab ihm noch Bacta gegeben. Es war zu late. Naja. Egal. Ist ja noch nichts entschieden. Äh. Joa. Wen noch... Sollen wir nehmen? Er hat Dänger genommen. Ob das wirklich die beste Wahl war, will ich wohl bezweifeln. Na gut, Leute. Wir nehmen Boba Fett diesmal. Gucken, was geht. Musst du aufpassen auf den... Ja, Lando ist gar nicht da. Oldschool-Helden. Der eine Typ ist wahrscheinlich Skywalk-O-One. Boba Fett ist eigentlich ganz schwierig. Mit Bobi? Oh. Was ist denn geil? Warum bekomme ich so viel Schaden, ey? Druckler verderben. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Wo ist ein Neuro-Pickup? Was ist auf einmal nicht da? Warte mal. Von hinten angucken. Jawohl, jawohl. Der kriegt so viel Schaden. Oh mein Gott. Ich auch. Kommt schon. Der ist One-Shot. Ich kriege ihn nicht. Alter. Scheiß Skywalker. Kommt er? Ne. Ich brauche Euro-Pickup, Leute. Weil die haben auch noch Leia. Oh nein. Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Und Rakete hat gesessen und er stirbt erst so spät. Oh nein. Das sind so viele Gegner. Oh mein Gott. 2%. Du bist so gut wie erledigt. Hinter... Oh, Leia. Ey. Ich habe keine Chance gehabt, Mann. Leias Druckler verderben. Der eine Typ ist richtig gut bei den Gegnern. Mann. Mann. Warum muss dann immer so einer sein, der wieder ums Leben spielt, ey? Oh, verdammt. Könnte nicht alles funktionieren, was? Na gut. Aber wir hatten trotzdem ein gutes Gameplay. Und das bleibt auch spannend. Jetzt müssen wir zwei Punkte machen. Und... Das ist natürlich das Denken, ob wir es schaffen oder nicht. Mal schauen. Okay. Kommt wieder... Was war's? Alle angesprungen. Die sind immer die Klasse. Dengar ist schon tot. Ey, der Typ, der immer Dengar nimmt. Ich will den aus meinem Team. Ganz ehrlich, Mann. Weil der ist so schlecht mit Dengar auch noch. Und Dengar ist allein schon nicht gut. Und dann ist er auch noch so schlecht. Und lässt die anderen Helden dann einen Stich. Bosk ist auch down. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell das jetzt ging. Aber wenn die... Wenn die ihn sandwichen, dann geht das relativ sehr schnell. Und, äh, ja. Ab pro Sandwich. Hier ist schon wieder ein Sandwich am Style. Da haben wir wenigstens einen. Oh, wir könnten noch gewinnen. Wo ist die Leer? Ich muss mal kurz zu Leer. Oh, Mann. Sie hitzig. Komm schon. Komm schon, komm schon. Rück den Schaden. Rück den Schaden jetzt, ey. Oh, von hinten. Aber wir haben gewonnen, Mann. Wir haben gewonnen. Von hinten. Rakete, ey. In meinen Rücken. So, jetzt darf ich als Held spielen. Jetzt ist die Frage, wen nehme ich? Wen nehme ich? Und ich würde sagen, jetzt nehme ich wirklich Bosk. Jetzt nehme ich wirklich Bosk. Er hat nicht Dänger genommen. Okay. Ey, wir könnten echt das schaffen. Könnten das echt schaffen. Ich muss aufpassen, weil Bosk kassiert eigentlich auch viel. Er hält nicht so viel aus. Also, Vorteil ist, er kann sich halt hierhin, aber Nachteil ist halt, er steckt nicht so viel ein. Muss ich auf Leers, Trupplaufer der Extrem 8. Na, komm schon, die Terminalbombe, glaub ich. Dann hab ich die schon da drin. Ich könnte die eigentlich pushen, ey. Oh, du kommst wieder von hinten. Alles klar, Skywalker. Kommt, Leute, helft mir, helft mir doch. Ich bin alleine gegen Solo, Mann. Oh mein Gott, ey. Echt, der Typ stirbt auch nie, so 12%. Und, äh, der ist wegen des Toten leer, in Anführungszeichen. So, ich kann mich vielleicht irgendwo hier hin. Das wäre ganz gut. Ich muss mal kurz hier weg. Boah, der Scheine-Typ spielt schon wieder mit Blendernat. Da ist Hero Pickup. Go to Hero. Ob es Vader schafft oder nicht. So, ich krieg Hero Pickup. Oh, mein eigener Team-Mate will das blockieren. Weil, will, dass ich das nicht bekomme. So, Vader ist down. Jetzt wird sie sich hierhin. Ich muss mich schnell attackieren. Oh, mein Gott. Komm, 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 komm. Du schaffst es nicht mehr. Du schaffst es nicht mehr. Die Guard is born. Die Guard is born. Ey, das ist doch unfair. Von hinten noch eine Terminalbombe. Ey, das ist doch so unfair gewesen, Mann. Vor allem, die kann sich immer hier mit den Hero Pickups, Mann. Das ist so viel, ey. Das ist so viel. Naja, 29 Kills gezaubert, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Ich habe ja mein Bestes gegeben. Ihr seht es auf allen drei Plätzen. Das Podium gehört mir. Und ja, das Gameplay leider nicht. Aber ich hoffe, euch gehörte das Video hier. Und die Unterhaltung, Leute. Ich hoffe, euch gefallen jetzt mittlerweile die hellenlösen Schurken-Videos. Ich bin auf jeden Fall raus, Leute. Denkt an kommentieren und bewerten. Und ja, Leute. Kommentieren und bewerten. Nicht vergessen. Ich bin auf jeden Fall raus. Macht's gut. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.